hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen ticket skyblock part ich spring direkt zu anfang einmal hier runter weil wegen kein essen und ohne essen ist kacke und einmal pennen gerade und ja ich finde das einfach sowas von geil im heutigen part wird hauptsächlich darum gehen die badbox zu kraften und ja das ist eigentlich so der einzigste die einzigste sache die ich heute machen wollte oder ja das war die einzige sache die ich heute machen wollte ich guck gerade mal wieder irgendwo sticky resin ist ich muss mal gerade das mikrofon näher zu mir bewegen damit ich mich nicht so blöd nach vorne lehnen muss da hatten wir fünf wir brauchen sechs für sekunde wo ist unser kopf ich würde gerade gerne mal das hat kein emc wie komme ich dann an kupfer sekunde doch 85 ok 85 bei mir hallo copper ingot ja ok dann können wir das beruhigt einschmelzen so und planks das lassen wir jetzt erstmal schmelzen ich muss gerade das mikrofon im antreise bewegen was wir noch machen könnten wäre hier oben die paar blätter gerade mal weg machen ich glaube sonst wächst nämlich hier der baum nicht und ich möchte unbedingt dass der baum schnell wächst aus drei da bekomme ich drei mal drei und dann eins hätte ich drei copper kabel glaube ich oder was brauchte man denn normales für nichts trägt da der ne brauchen wir sechs oder und sechs ja einmal brauchen wir das sind ein war zu wenig frage ist wie kommen wir jetzt an das rubber zweite frage ist wie sie konnte mal netherrack 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 ein ich glaube wir bauen gerade mal das nether portal aber ganz weit weg irgendwo hier hinten hin wo es keine geräusche macht wenn ich da auf der großen inwöbeln so 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 und so so jetzt haben wir ein meter portal und das bringt uns genau momentan nichts obwohl wir müssten doch eigentlich die normales eisen haben wir glaube ich nicht das heißt feuerzeug flinten stil genau 260 da kann man das schnell drauf 260 64 128 192 192 32 ne doch 192 und das so das 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 202 260 260 260 260 260 260 da so dann nehme ich mir nämlich eine spitzhacke mit wenn ich wirklich im netherrack wir haben keine spitzhacke das da egal ich gucke jetzt erstmal in den nether gerade rein ich hoffe im netherrack ist es nicht so dunkel durch den shader wo die pelzer wis in allem was einmal zwei z Megan gruselig hier im nähter kann man eine pigment fahrmann und manchmal irgendwann mal okay wir haben wir haben wir haben ein zweites eis ein zweites eis bedeutet wir haben eine zweite wasserquelle und ja da ist ein sticky resin das brauchen wir so schnell wie es geht es ist ja auch eins gewachsen ja so das abgewachsen ist ja irgendwann nein das dass das dass das dass das dass das so kann ich jeden block manchmal zweimal abbauen das ist minecraft logit logit genau logit leute versprecher von win ich habe hier erst mal gerade den baum ab da ist direkt der zweite gewachsen ne das ist da ne boah schon wieder 3 ok oder um es auch noch 1 1 2 ok was bist du denn ein sapling ja für dich habe ich keinen platz wer schmidt dir war die schmidt dir so bauen wir hier gerade noch die paar blätter ab noch ansatz liegen was bist du bist aber nicht das was ich haben wollte hey was ist es denn ist es ist kruppelig ok mit ein holz kommen spitzhacke draus machen super so dann schmerzt man auch das bisschen hier ich habe schon mal copper kabel obwohl warte mal er bringt mir sechs dann warte ich doch lieber bis hier mein zeug fertig ist genau sooo copper kabel so und das hier muss ich dann äh redstone ne ich brauch glaub ich ne 2 und 1 refined iron oder dann bitte da zwei mal redstone gut und iron redstone ein elektronik circuit soo ex traktor traktor 4 treetipps und maschinenblock ok 1 2 3 4 5 6 7 8 und treetipps ich glaub der treetipp wird das schwerste oder auch nicht und das können wir ja abbauen ich habe ja unten unsere kleine zucht und holen wir nämlich auch nochmal die letzten ressourcen raus die noch in den bäumen stecken und und so gerade pennen gehen kurz ja das kann ich verarbeiten und vier treetipps und den maschinenblock was mache ich denn mal so ein maschinenblock vier mal treetipps und dann müssen wir unseren extraktor fertig haben genau der kommt fürs erste hier an die seite so dann sind wir jetzt so richtig geil unproduktiv und verbraten das ganze holz drin aber aber hat man sich mal hier irgendwo ein setzling so ich baue hier die beiden jetzt mal gerade ab ich mache mir einmal noch zwei setzlinge auf jeden fall weil weil so mehr dann können wir nämlich extrahieren so normalerweise müsst ihr auch das sticky resin da reinpacken können oder ja es klappt okay ja Energie ist eigentlich genug da oh das frisst schnell weg ey oh 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 wo war unser emerald da ist unser emerald und kohle 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 128 aber fackeln sind noch so ähnlich wie kohle wenn ich mal da rein ok frisst mir nämlich jetzt leer aber ich bekomme dadurch ordentlich aber was scheiße wie wie kann ich jetzt kohle machen ich kann natürlich auch einfach hinten die bäume abholzen immer so ein bisschen ich klatsch jetzt noch mal die ersten unteren beiden stemmen immer weg da müsste ich eigentlich genug rausbekommen irgendwann fahren wir hier das mal alles ab aber das muss nicht heute sein weil wie lange 15 minuten schnell los wir müssen jetzt in fünf minuten irgendwas produktives machen irgendwas produktives in fünf minuten na los ich möchte noch gerne 20 minuten klatschen so hier das nehmen wir noch so einmal das bitte und so mit öl da kommst du hin dann machen wir noch ein bisschen kabel ne das ist falsch so nummer 9 kabel ich will heute die batbox noch fertig kriegen batman box e-batterie wie mache ich die wie mache ich diese mit tin und redstone tin 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 da ist tin so so wir brauchen drei stück das heißt 15 ne 3 redstone 9 redstone oder ne 6 redstone sind drei stück oder ordentlich minuten og und ordentlich tin 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 darunter 7 18 2 ja wir kriegen auf jeden fall die drei batterien hin Aua und 1 2 3 und 1 2 3 4 5 und die drei batterien ok dann kriegen wir das wirklich heute noch fertig so kraften 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 so neben was essen eben was ist ganz kurz das essen und ich wiederhole mich kann wie so ein epileptiker aber jolo heute keine gesprächsthemen aber ich denke man das stört doch nicht oder sollte eigentlich nicht stören weil wir waren heute produktiv sehr produktiv kraften wollte ich sondern das bleibt da das wird da der batterie noch ein holz mehr so da 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 und da wir haben unsere bad books so eins von beiden durfte ich abbauen ohne dass was kaputt geht eins von beiden durfte ich nicht aber das wobei was kaputt geht aber ich denke mal mit der wrench oh das ist schön ich glaube der output ist der grüne so los fabrenner so los fabrenner so los fabrenner so läuft du bist voll gemacht und du verbreitst das schön ja das ist gut da ist noch ein bomb und sonst wieso red ich boah man hier die zweite schmeiß ich mir gerade noch nah da so dann wird jetzt die bad box gefüllt und ja die bad box wird gefüllt wir haben eine bad box geschafft und deswegen würde ich sagen wir haben wir heute für die folge viel getan und ich habe die 20 minuten doch leider überschritten aber nicht um viel fast nur um zwei minuten wenn ich jetzt schnell mache und nicht nur irgendwie 35 sachen zu labern habe oder ist direkt ein toller baum gewachsen mit sticky resin aber das kümmert uns gerade nicht ja ich würde auf jeden fall sagen bis zur nächsten folge und hier mit dem hier vorne haben wir es ja heute eigentlich ganz gut schafft ich meine wir haben drei sachen gecraftet zwei sachen plus die batterien und ja ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen und sage bis zum nächsten mal meine freunde tschau